Giovanni, ich freue mich riesig, dass wir dich heute nochmal hier am Stand haben. Danke für die Zeit. Giovanni, du sprichst heute über das Thema Hebel. Hebel haben ja einen großen Vorteil im Trading. Man kann mit wenig Geld viel bewegen. Wie ist das bei dir? Nutzt du Hebel regelmäßig im Trading oder sagst du, naja, überhebeln ist auch ein bisschen blöd, weil wenn es mal gegen einen läuft, geht einfach zu viel verloren. Wie machst du das so? Hallo Mike, erstmal ich nutze sehr komischerweise oder schönerweise im Aktienbereich gar keine Hebel. Das ist aber auch einfach eine ganz andere Art des Handelns im FX-Bereich. Ihr werdet gleich merken, finde ich es ganz gut, dass die neuen Hebelregeln eingeführt wurden. Wieso, weshalb, warum, darauf möchte ich gleich eingehen. Aber ja, normalerweise nutze ich gar keine Hebel. Das heißt, du nutzt im normalen Trading im Aktienbereich keine Hebel. Der Forex-Markt ist ein gehebelter Markt. Das wird der Giovanni euch gleich sagen. Es gab jetzt vor geraumer Zeit Änderungen zum Schutz der Anleger seitens der ESMA. Und da sagen viele, Mensch, jetzt kann ich ja mit meinem Geld gar nicht mehr so viel Geld bewegen. Der Giovanni hat ja auch gerade gesagt, normalerweise arbeitet er ohne Hebel. Das hat halt auch einen Grund. Und gerade hier im Bereich vom Forex-Trading hat man Hebel. Die kann man positiv nutzen. Und die niedrigeren Hebel sind ein Schutz für die Anleger. Und man kann aber trotzdem ordentlich Geld verdienen. Und Johnny, da gebe ich das Mikro einfach an dich, weil du tradest auch den FX-Bereich, verdienst dort regelmäßig Geld. Und heute zeigst du uns mal ein bisschen, was man mit den kleineren Hebel anfangen kann. Danke dafür. Danke, Herr Mike. Ja, hallo erstmal nochmal von meiner Seite. Herzlich willkommen. Samstag auf der World of Trading. Die Sonne scheint im November und trotzdem sind ein paar Leute da, finde ich gut. Ja, wer mich noch nicht kennt, ich, meinen Namen brauche ich jetzt nicht nochmal sagen, ich bin seit über 20 Jahren, wie sagt man so schon, professioneller, privater Trader oder das Finanzamt sagt auch, ich betreibe die Verwaltung des eigenen Vermögens. Hört sich immer ganz schön an. Ja, und ich würde gerne ein bisschen was erzählen zu den Hebeln im Volksmarkt und vor allem zu den alten Regeln und neuen Regeln. Und ich wurde am Anfang oft gefragt, Mensch Giovanni, diese ganzen neuen Regeln, die eingeführt werden sollen, damals war es nämlich nicht so weit, ist es denn gut für uns? Ist es gut für mehr Geld auf dem Konto und 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 und? Wie mache ich das, wie mache ich das, wie mache ich das? Und es wurde, alle haben geschrien und Angst gehabt, ob das Trading dann noch funktioniert. Und deswegen wollte ich mal ein bisschen drüber reden. Hier ein kleiner Risikohinweis, der muss sein, Elena, es findet das ganz wichtig, dass wir das einblenden und deswegen müssen wir es auch machen und jetzt ist Elena auch glücklich und sie lacht und es ist alles gut. Alle haben es gelesen, sehr schön, weiter geht's. Also, worauf möchte ich eingehen? Erstmal traden wir die Big Boys, warum machen wir das Ganze eigentlich oder warum möchten wir denn vor allem im X-Markt und da traden nun mal die Big Boys, überreden dann die alte Welt der großen Hebel, die neue Welt der kleineren Hebel und ein Realitätscheck. So, warum traden wir? Natürlich, ne? Alle möchten das. Stimmt das? Nein. Ja, klar, ich stehe jeden Morgen auf, Matthias lacht sich schon kaputt da hinten, weil ich auf meine Yacht will oder mein Auto fahren will oder im Urlaub trade ich natürlich. Ja, das ist das, was euch oder vielen von euch auf diversesten YouTube Channels suggeriert wird, aber das ist halt nicht traden. Was wollen denn die Trader? Ich zumindest wollte immer Freiheit und Unabhängigkeit. Das war für mich das Aulo, war für mich viel wichtiger als das Geld verdienen. Natürlich will ich auch das Geld verdienen, klar. Aber Freiheit und Unabhängigkeit. Ich wollte immer selbst entscheiden, ob ich heute eine halbe Stunde trade oder zwölf oder 15 Stunden am Tag. Ob ich morgen in Urlaub fliege oder nicht in Urlaub fliege, ich wollte das zweite Leben genießen ohne Chef. Ich wollte immer mein eigener Chef sein. Das war für mich das Ziel des Tradens. Die anderen Bildchen von vorne, die kommen dann vielleicht noch mit dazu oder eben auch nicht. Ist ja auch völlig egal, denn die Börse sollte den Lebensstil finanzieren. Manchmal werde ich gefragt, Mensch Giovanni, ich überlege meinen Job aufzugeben nach vielen Jahren jetzt, ich trade so nebenberuflich oder hobbytechnisch nebenbei, möchte meinen Job aufgeben. Sollte ich das machen? Und ich sage immer zu den Leuten, Mensch, das ist eine sehr, sehr, sehr schwierige Antwort, beziehungsweise Frage, weil man kann dann nicht einfach sagen, ja mach das. Wenn man das Glück hat, noch im heimischen Kinderzimmer zu wohnen und man muss keinen Kühlschrank füllen, keine Telefonrechnung oder Stromrechnung bezahlen und so weiter, keine Miete bezahlen, dann ist das einfacher als wenn man Familienvater ist oder Mutter und man muss Kinder ernähren und Rechnungen bezahlen. Aber vor allem sollte man sich dann auch immer sagen, okay, wenn ich einen alten Job zu mir X verdient habe, dann sollte das Trading mindestens das Dreifache von dem bringen. Meine persönliche Meinung. Also ich würde niemals einen Job aufgeben, um genau dasselbe mit Trading zu verdienen wie vorher in meinem Job. Der eine oder andere mag es vor seinen Jahren, dafür macht es mir mehr Spaß. Aber wenn ich krank bin, werde ich nicht bezahlen, wenn ich in Urlaub fahre, werde ich nicht bezahlen. Also wenn ich nicht trade, werde ich nicht bezahlen. Und ich habe ein gewisses Risiko. Und für dieses Risiko möchte ich wie jeder andere Unternehmer besser bezahlt werden, als wenn ich Angestellter bleibe. Also sollte man so seine Ziele dort wählen, dass man mindestens das Dreifache verdient, um auch genügend Polster aufzubauen. Ja und dann, was wollen Trader? Die FX-Trader wollen natürlich so traden wie die Big Boys in London. Warum? Weil dort das große Kapital liegt und dort der Markt bewegt wird. Und was braucht es denn für den großen Traum? Klar, das Trading-Kapital. Das hat auch ein bisschen was mit den Hebeln zu tun, deswegen fangen wir da an. Brauche ich dafür hohe Gewinne? Klar. Irgendwie muss ich ja vorwärts kommen. Was hoch ist, ist natürlich relativ. Ich brauche natürlich einen Top FX-Broker. Da stehen wir gerade. Tickmill gehört einfach ganz klar zu einem dazu. Ich sage das nicht einfach nur, weil ich jetzt für Tickmill einen Vortrag halte, sondern schauen Sie sich mal die Zahlen von Tickmill an und schauen Sie sich mal die Eigenkapitalausstattung von Tickmill an. Und vergleichen Sie es mal mit anderen Brokern. Wer sich da auskennt, weiß, was das bedeutet. Ja klar. Dann Hebel natürlich, wenn ich FX traden möchte, muss ich einfach gewisse Summen bewegen können und das funktioniert nun mal über einen Hebel, außer ich habe selbst so viel Kohle, dass ich das selber machen kann. Und ich rede hier von siebenstelligen Beträgen. Und Gewinnstrategien, die sind jetzt natürlich für den Anfang ein bisschen schwierig, vor allem wenn man Anfänger ist, dann weiß man halt einfach noch nicht, was eine Strategie oder eine Gewinnstrategie ist. Das kommt durch Learning by Doing. Ist denn zu wenig Kapital für die großen Gewinne? Oder wie sieht das aus? Weil wenn man sich vergleicht mit den Top-Händlern, die Millionen bewegen, habe ich dann zu wenig, muss ich extrem hebeln, wie die Handelshäuser, die tiefe Taschen haben, haben wir denn da als private Trader gegenteilige Voraussetzungen? Also fehlt mir denn das Kapital für die große Positionen, warum ich unbedingt auf Hebel oder Margin zurückgreifen muss. Also, was bleibt mir übrig als normaler privater Trader? Ich muss irgendwie mein Vermögen größer handeln können. Egal wie, erstmal brauche ich Hebel. Oder ich spare. Wenn ich das Glück habe, sagen wir mal, Daddy zu haben oder Ressourcen zu haben, die immer wieder das Konto nachfüllen können, wenn es weg ist, brauche ich, muss ich andere Wege finden. Kredit aufnehmen. Jetzt würde mich mal interessieren, wer von Ihnen hat einen Kredit zum Traden aufgenommen? Sehr schön. Früher gingen da zig Hände hoch. Das war früher ganz normal. Warum? Ja klar. Die paar Prozent Zinsen, die ich derzeit habe, ich glaube, in der Börse locker raus. Ja, ja. Ich sage nur, ein neuer Markt, ne? Ja. Nein. Also, Top-FX-Burger finden und Hebel nutzen. Jetzt gehen wir mal ganz auf die alte Welt der großen Hebel. Also, was da passiert? Ich konnte natürlich mit dem Hebel das Handelskapital erhöhen. Das war damals noch und nöcher möglich. Der Handel auf Margin spart Eigenkapital. Durch den hohen Hebel habe ich natürlich einen extrem wenigen Kapitaleinsatz gehabt. Also, was ich mit einem 5.000-Euro-Konto machen konnte, darauf komme ich gleich. Und dadurch konnte ich als Privater viel höhere Positionen eingehen. Höhere Positionen, logisch. Wenn ich auf der richtigen Seite lege, höherer Gewinn. Ganz klar. Ja? So. Gewinn aus der Hebelposition fällt höher aus. Hier, Beispiel dazu. Bis Juli 2019 durfte ich tatsächlich mein Konto 500 zu 1 hebeln. Super. Jackpot. Vor allem, wenn man da mal so 10.000 oder 20.000 auf dem Konto hat, dann macht es richtig Spaß. Ja? Für die Hauptwährungen zumindest. Also, ich konnte mit einer 5.000 am Margin-Konto 2,5 Millionen bewegen. Das ist das, was der Trader braucht. Das ist das, was der Trader braucht, um mit den Big Boys mithalten zu können. Und genau das ist leider das Problem. Und das wird leider allen YouTube-Tradern suggeriert. Ja? Sie brauchen nur wenig Kapital, um hier mit den Großen mitzumischen. Bla, bla, blub. Das Ganze geht meistens eineinhalb Tage gut. Und dann ist das Kapital halt weg. Ja? Und ich werde auch gleich darauf eingehen, warum die neuen Regeln besser sind. Ich bin noch auf die Pointe noch gar nicht gekommen. Also, der ungehebelte Forex-Trade, sowas soll es auch geben, der sieht ja so aus. Wenn ich jetzt einen Aktien-Trade ungehebelt mache oder einen Forex-Trade ungehebelt mache, dann kaufe ich für 5.000 Euro einen Euro-Dollar, so wie es da steht, verkaufe den wieder, mache 50 Dollar Gewinn bzw. 45. Das ist ja langweilig. Bis da mein Konto steigt, bis ich da davon leben kann, das dauert ja ewig. Aber so ist es nun mal, ein ungehebelter. Der gehebelte Forex-Trade, da sieht es schon viel netter aus. Wenn ich das einmal mache, dann kann ich gut davon leben, zumindest von dem Gewinn. Jeden Monat. Reicht zum Überleben. Nein, ne? Also, Sie wissen, glaube ich, oder Sie verstehen, worauf ich hinauskomme, weil ich hinaus möchte, dass das natürlich auch mit extrem viel Risiko verbunden ist. Also, hohe Kapitale sind ein starkes Werkzeug, um die Performance der Traders deutlich zu hören. Aber, ich gehe wieder Plan nicht auf, bergen Sie auch hohe Risiken. Logisch. So, kleine Hebel. Entmündigung oder Chance? Also, was waren dann die Regeln, die eingeführt wurden? Maximal 30 zu 1 auf Hauptwährungen. Den Rest können Sie selber ablesen. 10 zu 1 auf Rohstoffe. Ich weiß noch ein paar Goldteile, die sagen, ich kann jetzt kein Gold mehr handeln. Dann habe ich gesagt, dann handelst du physisch. Das geht ja auch nicht. Ja, und ich so, ja, aber dann musst du jetzt durch. Es ist nämlich im Endeffekt besser für dich. Also, mit einer 5.000, deinem Konto kann ich nur noch 150.000 traden, ohne Einbezug der Margin-Close-Out-Regel. Wenn ich weiß, was eine Margin-Close-Out-Regel ist, auch eine neue Regel, die eingeführt wurde, um uns Anleger oder uns Private zu schützen. Führer konnten die Leute so weit die Margin ausnutzen, dass nur 10% übrig war und dann musste mal der Broker einschreiten und die Position vielleicht mal glattstellen. Mittlerweile ist es so, dass der Broker schon bei 50% Verlust, also Margin-Auslastung, einschreiten muss. Leute, das ist eine der interessantesten und wichtigsten Regeln, die eingeführt wurde, weil diese verhindert nicht nur Kapitalverlust, sondern auch, dass man mehr als sein Kapital verliert und am Ende noch zuschießen muss oder nachschießen muss. Und das mussten wirklich viele, viele Privatanleger. Aber das ist immer noch nicht der Grund, weswegen ich die Hebel, die die neuen Regeln besser finde. Also, es wurde eingeführt, negativer Saito-Schutz, wie gesagt, das kam durch die Margin-Close-Out-Regel, standardisierte Risikowarnung und keine Handelsanreize. Warum? Wenn ich nicht mehr so hoch hebeln kann, dann kann ich halt nicht sagen, ach, mit nur 100 Euro kann ich hier Millionen, ja Millionen ist übertrieben, aber sehr, sehr viel Kapital bewegen, habe ich einfach weniger Handelsanreize, weniger Zockanreize, sondern ich muss mich mit dem Traden einfach mehr befassen und muss mehr auf die Materie eingehen und einfach mal meine Hausaufgaben machen und das Traden nicht als Casino oder Zockerei ansehen, sondern als Job. Ja, das ist das Beispiel, wie es jetzt aussieht, wenn ich den gehebelten Forex-Trade mache. Ja klar, mein Gewinn ist viel niedriger oder meine Gewinnmöglichkeit ist viel niedriger geworden. Aber das bedeutet nichts anderes wie, kleinere Kapitale überhören die Marginanforderungen und wirken sich auf die Höhe des Gewinns aus. Aber geht der Plan nicht auf, reduzieren Sie nun mal die Risiken. Und darauf kommt es an. Früher sagte man, oh mein Gott, oder manche Broker haben auch gedacht, Mensch, jetzt haben wir viel weniger Trades. Bis sie dann angefangen haben umzudenken und gesagt haben, Moment mal, dafür haben wir Kunden, die viel länger dabei sind, bevor sie sich verbrennen. Ja, und das suggeriert auf weiter Sicht viel mehr Trades. Und für uns bedeutet das, ich habe einfach viel mehr Möglichkeiten am Beizubleiben und eigene Trades zu machen. Und genau das ist das Wichtigste. Sie können auf tausend Seminare gehen, Sie können sich, keine Ahnung, zehn Vorträge vom Ciccivelli anhören. Sie können Bücher lesen ohne Ende. Das würde Ihnen alles nichts bringen für Ihr privates Training. Das ist meine persönliche Meinung. Das bringt Ihnen nur ein bisschen Input. Traden werden Sie nur lernen, wenn Sie selber traden. Traden, 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 traden. Und damit meine ich keine Paper Trades, damit meine ich echte Trades. Damit meine ich Trades, um die uns was geht. Der Pokerspieler, der gut pokern kann, der muss Geld in den Pott legen und erst dann kommen die richtigen Emotionen des Spiels auf. Erst dann macht der Blöffen Sinn. Und beim Trading ist genau das Gleiche. Wie oft erleben Sie sich, wenn Sie Ihren eigenen Geldbeutel aufmachen, dieses Geld in den Tradingmarkt legen, auf einmal fangen die Hände an zu schwitzen. Auf einmal kommen Emotionen auf Geheangst, Hoffnung, Verlustangst und und ohne. Ja, ich sehe schon lauteres Nicken da hinten. Das sind Tradingemotionen und da müssen Sie durch. Und die erreiche ich nun mal nicht, indem ich sofort mein Tradingkapital verliere. Klar, wenn ich unendliche Ressourcen habe und dieses Kapital immer auffüllen kann, überhaupt kein Problem. Kleines Beispiel. Ich habe mal mit 20.000 D-Mark das Trading begonnen. Es war Geld, viele Ferienjobs, Geschenke und so weiter erarbeitet. Ich habe eine Ausbildung bei einer großen deutschen Bank begonnen. Nicht weit von der Filiale habe ich gewohnt. In jeder Mittagspause ging ich nach Hause und habe getradet, versucht zu traden. Naja, egal. Irgendwann dachte ich mir, Mensch, ich bin besser als alle Händler natürlich. Und habe dann die Bankausbildung abgebrochen. Stellen Sie sich jetzt die italienische Mama vor. Die wollte mich natürlich köpfen, weil für sie machte ich nichts anderes, wie am PC irgendwie zu zocken. Die haben ja gar nicht verstanden, was ich da im Kinderzimmer betrage. So, und dann stellen Sie sich den Tag vor, als ich von den 20.000 die Hälfte verloren hatte. Dann hatte sie natürlich erst recht, recht. Und ich so, ja, wie kannst du das nur tun? Und bla bla blub. Ja, und dann habe ich mich hingesetzt. Und ich hatte nur zwei Optionen. Entweder, okay, Giovanni, du hast Abitur gemacht, du musst halt studieren. Für irgendwas muss ja gut gewesen sein. Oder du setzt dich jetzt hin und machst mal deine Hausaufgaben. Du versuchst, das Trading zu erlernen. Damals gab es noch keine Webinare oder so viele Seminare und Vorträge und sonst was. Und es ging nicht anders. Auch hier, jetzt ist er weitergelaufen, der Matthias, den ich hier die ganze Zeit gesehen habe, also wir Trader der alten Garde, alle Learning by Doing. Und es ist immer noch so. Learning by Doing. Und dann habe ich mich hingesetzt, habe meine Hausaufgaben gemacht. Irgendwann so acht Monate, sieben Monate später habe ich meine Mutter wieder in mein Zimmer gerufen und habe gesagt, hier musst du gucken, links oben, da steht der Kontostand. Und da hatte ich halt meine erste Viertelmillion auf dem Konto. Aber das funktioniert alles nur, weil ich gettraded habe wie ein Verrückter und meine Trades ausgewertet habe. Und im FX-Bereich geht das nur, wenn ich das langfristig auch tun kann. Und davor schützen die neuen Hebelregeln extremst. Weil im Aktienbereich ist es noch ein bisschen, sage ich mal, ja, gemächlicher. Aber im FX-Bereich, das geht so schnell oder kann so schnell gehen. Da sind die 100 Pips sofort da bei der entsprechenden News. Und wehe, man liegt zu hoch gehebelt falsch. Gewinnwahrscheinlichkeit ist natürlich immer toll, wenn man richtig liegt, ist alles schön. Aber leider besteht die Börse und das Trading halt nicht nur aus Gewinnen. Und deswegen sollte man die Möglichkeit haben, länger dabei zu holen. Also erhöht ein hoher Hebel die Gewinnchance? Meiner Meinung nach nein, weil die Mehrheit verliert Geld. Egal wie. Ja, also die Hebel beeinflussen diese Tatsache nicht, sondern verkürzen die Zeit, bis das Kontrolle her ist. Also kleinerer Hebel ist ein größerer Schutz vor Totalverlustrisiko. Und mir geht es, wie gesagt, nicht um den Schutz vor Totalverlust. Klar, ich will auch kein Geld verlieren. Mir geht es aber darum, dass die Lernkurve einfach länger anhält. Und die ist wichtig, nochmal, wie gesagt, sofern ich nicht unendliche Ressourcen besitze. Also, kleiner Hebel bedeutet größer Kapitaleinsatz für gleichen Gewinn, kleineres Risiko für vollständigen Kapitalverlust, mehr Zeit zum Lernen am Forexmarkt. Also, kleiner Hebel, größere Chance für nachhaltige Gewinne. Und darum geht es. Ich werde immer gefragt, Giovanni, wann bin ich denn einen Trader? Wann kann ich mich denn einen Trader nennen? Wie viel Gewinn muss ich da machen? Ja? Ich sage dir immer, du musst einfach nur keine Verluste mehr machen. Wenn du es schaffst, ein Jahr lang dein Tradingkonto so zu traden, und damit mache ich jetzt nicht ein Trade im Monat oder so, sondern wirklich konstant dein Tradingkonto zu traden, wenn du es schaffst, keine Verluste zu generieren, bist du ein Trader. Der Rest ist reine Mathematik und Wahrscheinlichkeit. Die Gewinne kommen von dir allein. Das ist wie am Roulette-Tisch. Das kann nicht immer nur schwarz kommen. Man muss nur schauen, dass wenn man immer auf Rot setzt und immer schwarz kommt, dass man diese schwarze halt begrenzt. Ja? Und immer wieder am Ball bleibt und schauen, dass man erstmal profitabel gegen Null tradet. Dann kommt automatisch. Traden ist nur Wahrscheinlichkeit. Wenn ich FX trade und in News kommt, überlege ich mir nicht, wie hoch, oder ich schaue mir nicht den Chart so extrem an, dass ich mir überlege, wie hoch ist jetzt mein CRV oder irgendeine andere Kurve, sondern ich bin brutaler Daytrader. Ich überlege mir, was ist am Wahrscheinlichsten, was gleich passieren wird. Was macht der Mark? Was machen die Big Boys am Wahrscheinlichsten? Wenn die Gesamtkurve 100 Pips ist, dann ist am Wahrscheinlichsten, dass 20 Pips auf jeden Fall eintreffen, dann hole ich mir die 20 Pips. Ja? Ich versuche da nicht zu gehen. Ich versuche wirklich danach zu gehen, was ist das Wahrscheinlichste Szenario. Das bewirkt wiederum eins. Wenn ich das treffe, ist meine Trefferquote höher, mein Selbstvertrauen stärker, ich drücke öfter auf den Knopf, bla bla bla. Trading hat ganz viel mit ihrem Kopf zu tun. Wahrscheinlich wissen Sie das alle, oder meine Meinung ist zumindest, dass 30% des Tradens nur Risk und Money Management ist, Positionsmanagement ist, was weiß ich, Chartanalyse ist und 70% des Tradens spielt sich nur hier oben. Ausschließlich in ihrem Kopf und deswegen ist Trading auch nicht so erlernbar. Ich kann sie nicht drei Monate neben mich setzen und versuchen zu klonen und alles beibringen, was ich kann. Und dann kommt eine News, die lesen wir zwar alle beide gleich, aber wir interpretieren sie vielleicht auch gleich, aber mit einem Abstand von 10 Sekunden und kommt schon ein ganz anderer Trade bei rum. Trading ist nicht so einfach erlernbar. Außerdem ist es ein Risikomanagement, das sorgt für Liquidität. Also Verlustbegrenzung ist die A und O für Kapitalerhaltung. Das ist mir ganz wichtig. Ich hätte ja auch reinschreiben können, schütze dein Handelskapital. Wie jeder Handwerker, der sich die tolle Hilti-Bull-Maschine kauft, der schützt sie, der pflegt sie, der arbeitet mit der, macht gute Arbeit und pflegt sie. Und genauso sollten wir Trader unser Werkzeug schützen und das ist nun mal unser Handelskapital. Wenn das futsch ist, wenn das weg ist, ist halt nichts mehr mit Traden. Dann ist auch nichts mehr mit Hobby, dann muss ich wieder sparen oder keine Ahnung, eine Bank überfallen, was auch immer und mir Kapital besorgen. Es geht nicht anders. Also zumindest wenn ich keine Paper Trades oder nicht nur Demo handeln will. So, also Hebelhöhe, nicht Grund für anfängliche Verluste, das ist wirklich nicht. Kleinere Hebel unterstützt den Kapitalerhalt. Genau so ist es. Ich habe einfach mehr Zeit zum Traden und Lernen. Und am Ende freut sich auch der Broker, weil ich einfach länger sein Kunde sein kann und dann hat auch er was davon, das ist eine ganz normale Geschäftsbeziehung. Also darum wurden diese Regeln und überwiegen nicht nur zum Schutz des Anlegers, sondern für uns Privatanleger am Ende waren sie oder sind sie ein großer Vorteil im FX-Markt. Also mehr Zeit zum Lernen bedeutet, Verluste liegen anfangs in der Regel an Fehlern. Das kann ich dann herausfinden, indem ich zum Beispiel ein Trading-Journal führe und die Möglichkeit habe, meine Trades auszuwerten. Wenn ich natürlich nach 10 Trades schon pleite bin, geht das schlecht, aber wenn ich mal 500 oder 1000 Trades in einem Trading-Journal drinstehen habe, dann habe ich einen wahnsinnigen Datenschatz. Einen Datenschatz meiner eigenen Trades, den ich auswerten kann. Glauben Sie mir, kein Buch, das Sie je kaufen können, ist wertvoller als dieser Datenschatz Ihrer eigenen Trades, die Sie perfekt auswerten können, um dann herauszufinden, was sind Wahrscheinlichkeiten. Und dann sind wir wieder bei der Mathematik. Wenn Sie 100 Trades nach demselben Setup machen und 80 gingen davon auf, dann wird der 100 erste Trades wohl was werden? Wahrscheinlich ein Gewinner-Trade, weil mit 80%iger Wahrscheinlichkeit geht das Setup auf. So einfach ist es. Finden Sie aber erst heraus, indem Sie Ihre eigenen Trades auswerten und nicht die Trades von Chichivelli oder von wem auch immer. Nur Ihre eigenen Trades zählen. Deswegen sind Sie, glaube ich, hier. Also, Ursache für Fehltrades aufspüren und beseitigen. Und diese Fehlersuche benötigt nun mal Zeit und Disziplin. Ja, ich muss diszipliniert genug sein, diese Trades auch irgendwo festzuhalten. Also, kleinere Hebel, da sind wir wieder beim Thema Verschaffen, Zeit. Und Zeit ist Form des Traders auf dem Weg zur Profitabilität. Habe ich vielleicht gar nicht so gesehen, aber ich kann ganz schnell reich werden. Ganz schnell. Ja, aber mittlerweile sehe ich das ein bisschen anders. Und das ist tatsächlich wahr, aber das kommt auch mit der Zeit, die Erfahrung. Also, die Fehler des Trades. Gier und falsche Vorstellungen. Gier ist sowieso einer der größten Fehler. Oder Börse wird allgemein mit Gier gleichgesetzt. Ab und zu habe ich einen Vortrag, wenn es dann um Aktien geht. Und da frage ich immer ins Publikum hinein, ob es denn noch einen Telekom-Aktionär aus dem Jahr 2000 hier gibt. Gibt mindestens eine Hand hoch. Mindestens eine. Und dann frage ich den, naja, wie sieht die Position aus? Ja, 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 was heißt denn das? Ja, Verlust halt. Irgendwie weit. Ja, 90 Prozent. Ah, okay, klar. Und wann verkaufen Sie die Aktie? Herr Tegum, super Unternehmen, wird schon wieder, irgendwann geht die auf Einstein. Ah, okay, gut. Dann warte ich immer absichtlich ein paar Minuten und dann stelle ich dieselbe Frage nochmal. Stellen Sie sich vor, Ihre Sparkasse-Buchse wurde, nichts gegen die Sparkasse-Buchse wurde, ruft Sie morgen an und bietet Ihnen 5 Prozent Tagesgeldzinsen jederzeit abhebbar, verfügbar an. Ja, was machen Sie zu den heutigen Negativzinszeiten? Ich nehme alles Geld aller Konten, das unterm Kopf geschenkt, ich packe alles zur Sparkasse-Buchse wurde. Wo bekomme ich denn bitte 5 Prozent Zinsen? Aha, hat er ja recht. Also, bei der Sparkasse begegnet er sich mit 5 Prozent, aber an der Börse erwartet er 900 Prozent an der Börse. Das ist halt die Gier. Börse wird einfach mit unglaublichen Gewinnen suggeriert, man kann schnell reich werden, also falsche Vorstellungen. Leute, Börse ist ein Job wie jeder andere auch. Wenn man ihn richtig machen will, muss man seine Hausaufgaben machen, aufstehen, was auch immer die Hausaufgaben aussehen. Die können auch nur eine halbe Stunde am Tag sein. Jeder hat eine andere Fasson, jeder hat eine andere Strategie, aber es ist einfach eine andere Vorstellung. Dann die Fehler sind natürlich auch ein fehlendes Risikomanagement. Es gibt tatsächlich immer noch Leute, die ohne Stops oder mentale Stops oder überhaupt, ja, geh halt mal rein und schauen, was passiert. Dann sind sie im Plus, dann geht es im Minus. Ja, die dreht schon wieder. Also, Modus Hoffnung, die typischen Emotionen, unzureichende Marktkenntnisse, so etwas soll es tatsächlich noch geben. Ja, das schaut, das sieht doch gut aus, ich geh mal mal um. Und so weiter. Also, heutzutage, aber das sind sie alle hier, Ihnen fehlen, glaube ich, nicht die Marktkenntnisse. Sie wissen, wo Sie sich informieren sollten und wo man Infos über den Markt bekommt. Damit meine ich keine Kenntnis-Tick-Analyse oder so etwas, sondern wirklich aktuelle Informationen über den Markt. Ja, und dann, klar, keine Erfahrungen mit funktionierenden Strategien, kann man am Anfang auch nicht haben, muss man herausfinden mit der Zeit und Zeit hat man, wenn man genügend Kapital hat, wo man auch traden kann und, ja, was nicht schnell weg sein kann. Also, Verluste verhindern bedeutet Gewinne erhöhen. Ist das denn so? Sieht es auch so, wenn man Verluste verhindert, erhöht das die Gewinne? Ja? Prinzipiell. Nicht unbedingt. Also, für mich ist es, wie gesagt, wie ich vorhin schon sagte, ein Gewinn, wenn ich langfristig keine Verluste mache. Also, positiv, null tendiere. Und die Chance muss ich haben. Also, wenn ich Zeit gewinne, habe ich schon einen Gewinn. Der Rest kommt dann automatisch über die Erfahrung. Ja, versuchen Sie bitte nicht, von heute auf morgen an der Börse reich zu werden. Es kann vielleicht mal funktionieren, aber das sind die Ausnahmen. Oder wenn Sie diese Schlagzeilen lesen, sind das die absoluten Ausnahmen. Oder diese typischen Leute, die Aktien behalten haben, die 10.000% im Plus liegen. Klar, wenn ich langfristig Investor bin und gut verdiene und meine Aktie gekauft habe, aber wir Trader oder wir Börseninteressierte, uns juckt es immer in den Fingern. Aber wenn Sie eine Position haben, die 100 oder 200 oder 300% im Plus ist, juckt es Ihnen so sehr in den Fingern, dass Sie verkaufen. Das ist normal für den Menschen, der ist so ausgelegt. Also, die wenigsten Leute halten eine Position 10.000% oder Plus. Das gibt es viel zu selten. Man hat die Schweigenden von Aktien überhaupt so stark steigen in kurzen Zeitraum. Also, hier hatten wir ja die Verlustmöglichkeit, um es nochmal gegenzusetzen. Wenn ich einen gehebelten Trade mit Verlust mache, mit den alten Regeln, dann ist mein Konto halt sofort platt. Das ist ein einziger Trade und ich musste auch noch nachschießen. Von 5.000 Euro habe ich 12.500 verloren, also 11.520 Euro. Also, ich musste über 6.000 Euro nachschießen. Das war früher ganz normal. Jetzt habe ich es halt nicht mehr. Jetzt verliere ich die nur in Anführungszeichen 345 Euro. Also, ich mag auch keine 345 Euro verlieren, aber da bin ich schon schlecht gelaunt. Aber ich zerschieße mich halt nicht oder mein Konto und ich habe die Möglichkeit, weiter zu traden und weiter Erfahrungen zu sammeln und zu lernen. Und das ist das Wichtigste der neuen Regeln. Also, Trade-Verlusthebel war das, diese hohe Zahl, jetzt sind es halt viel weniger. Die ASMA-Regeln schützen private Trader, die noch nicht profitabel handeln vor schnellen, massiven Kapitalverlusten. Und das ist überwiegend der Grund, warum die neuen Hebel oder die neuen Regeln besser sind als die anderen. Und zwar definitiv, das brauche ich eigentlich gar nicht groß vorlesen, Das Wichtigste ist für mich ganz so, die Lernzeit bringt die Erfahrung. Traden, 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 traden. Ich kann nichts anderes sagen. Und dabei bleiben, diszipliniert sein, seine Trades auswerten und eben seine Strategie finden. Und ja, ich hoffe, ich konnte Sie ein bisschen von meiner Denkweise oder ein bisschen von meiner Denkweise für Sie als Input mitnehmen, nach Hause mitnehmen für Sie. Und ja, falls Sie noch Fragen haben, ich bin natürlich noch ein bisschen hier am Stand. Bernd würde gerne noch ein paar Fragen. Und ansonsten recht herzlichen Dank fürs Zuhören. Und ja, schöne Zeit noch auf der World of Trading und tolles Wochenende. Dankeschön.